Ja, so Leute, willkommen zur zweiten Runde. Erstmal ein kleines Statement von mir. Sorry, dass ich die erste nicht dabei war. Ich konnte leider den Termin nicht rechtzeitig ermöglichen, aufgrund von privaten Problemen. Ja, ich habe es recht, dass ich es zumindest noch zur zweiten Runde schaffe. Die erste gilt natürlich, weil ich es nicht schaffen konnte. Oh, ich habe hier was abgebaut auszusehen. Deswegen werden wir es jetzt so versuchen. Also sorry an alle für diese Verspätung. Dann würde ich sagen, die Schutzzeit beginnt jetzt. Okay. Wie viele Kisten sind gelootet, so Fabo? Alle auf unserer Seite, glaube ich. Mach mit. Hast du die? Ja, ja. Fabo hast du ein bisschen Essen für mich? Ja, hier, oder? Danke. Reicht, 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 reicht. Komm mit, komm mit. Die habe ich schon alle. Komm mit, komm mit. Okay, gut. Lass mal hier hinten ein bisschen bleiben. Wir spielen mal in der Nacht, ist sowas selten. Komm mit, komm mit. Kurzzeit ist jetzt zu Ende. Genau. Hier mal nicht so offensiv. Ja, passt schon. Nice. Andere Seite. Erstmal was. Nicht, nicht drauf. Ich weiß schon. Okay, jetzt. Weit zurück. Nice, zwei Hits. Komm. Fahrbo ist low. Fahrbo ist low. Ja, ich auch. Oh nein. Fuck. Wie kriegst du? Ich habe nicht mehr viel Farbe. Ich auch nicht. Kriegst du eben. Weit. Weit. Auch nicht mehr. Spannend. So, weg, leben, weg, leben. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, Ralf. Nice, 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 Farbo. Weit, den kriegst du. Geh weg, geh, geh Deckung. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm hier wieder hinter. Ich fahle noch. Ich fahle noch auf. Ich fahle noch auf. Ja, nice, zwei Hits. Er hat nicht mehr viel. Ja. Oh, scheiße, Farbo getroffen. Nice, GG. 1-1 für beide. Ja, ansonsten. Dann machen wir noch kurz einen Cut. Schalten. Ja, kurz an mir doch. Und da sind wir in der letzten Runde von The One 2. Dieses Mal geht es um die Wurst. Und dann würde ich sagen, beginnt die Schutzzeit auch schon jetzt. Jetzt. Auch schon jetzt. Ja, Kuchen wegmachen. Komm mit, komm mit. Komm mit, ich weiß. Ich glaube nämlich, die haben eine Kiste noch nicht. Hm, wahrscheinlich schon. Ne, haben sie nicht. Läuft. Easy. Okay. Komm mit, warte, ich muss bisschen essen. Die haben weniger Pfeile als wir, ne? Also gehen wir locker mit Bohren. Sicher? Ja, die haben viel weniger. So ein Schutzer ist jetzt noch zu Ende. Ja, ist der. Achtung, Achtung, Warte, Sneak. Sneak, Sneak. Hast du mit, weiß? Siehst du die? Ja, ja, die haben viel weniger Pfeile, sonst würden die jetzt schon schießen. Achtung. Na ja, lass die einmal hitten. Auch ein bisschen aufsammeln. Greif du die mal mit Bogen an. Greif die mal mit Bogen an. Greif die mal mit Bogen an. Ja, ja. Okay, okay. Flex kommt links. Drauf auf, ich weiß. Ja, warte, ich halte Flex ein bisschen weg. Warte. Hab Fabo. Fabo ist down. Fabo ist down. Weg, weiß. Oh, lol. Oh, fuck. Geh auf Fabo. Geh auf Fabo. Geh auf Fabo. Alter. 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 Alter, wir sind so. Oh, 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 oh. Das war mal richtig. Boah, Alter. Weiß, weiß, was Lamer ist. Flex, was Lamer. Weiß, was Lamer ist. GG, Alter. Nice Runde. GG. Oh. Greif, mein Gehen, seid ihr umgebracht. Weiß, ich bitte die Pferde für dich. Oh, danke schön. Dann 2 zu 1. Oh, Junge. Oh, bitte, 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 bitte. Mein Pferd, das will ich haben. Oh, mein Kehl. Genau, 2 zu 1, der Fabo und Weiß, Weiß sind dann im Halbfinale. Oder Halbfinale, ja. Im Halbfinale. Ja, genau. Oh, ja gut. Das ist natürlich die ersten ausgesetzt, aber natürlich dann geplant. Genau wie Neymar. Der kommt natürlich auch heute Morgen im Spiel. Okay. Oh, okay, dann. Ja, morgen sind sie denn, weil wir Montag aufnehmen. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn der immer morgen mit spielt. Egal. Ja, stimmt. Morgen ist ja Deutschland, Brasilien. Genau, ja. Von uns auch gesehen, Mon. Ja, genau. Für euch nicht. Es ist immer so, dass am Schluss keiner nicht sagt, ich finde das so geil. Warum? Weil jetzt keiner beendet. Ach so. Ja, dann beende doch mal. Dann tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.